Hallo und willkommen in meinem Shop Spaß, Lern, Denk und dann Minus Shop. Spaß, Lern, Denk, Minus Shop.de. Mein Name ist Marius Ebert und ich habe eine neue Rubrik eröffnet. In meinem Shop gibt es eine Mischung aus Gratisangeboten und Bezahltangeboten. Und wenn Sie oben in der Leiste schauen, dann finden Sie einen Menüpunkt, der heißt Gratis herunterladen. Und dort gibt es eine neue Rubrik BWL in Reimen. Wo ich bestimmte Sachverhalte aus dem Rechnungswesen und aus der Investitionsrechnung, aus der Finanzierung in Reimform umgesetzt habe. Per Video und per Skript zum Gratis herunterladen. Alles Gute, mein Name ist Marius Ebert. Schreibt direkt direkt bei Swhmm uste. Schreibt direkt direkt.